Sie möchten finanziell frei und unabhängig sein? Möchten monatlich ein passives Zusatzeinkommen aufbauen? Sie möchten Ihr Geld für sich arbeiten lassen, ohne dass Sie sich aktiv darum kümmern müssen? Dabei möchten Sie es vor Inflation schützen. Und schließlich wollen Sie wissen, wo Sie investieren und wem es zugute kommt. Dann haben wir etwas für Sie. Doch von Anfang an. Wir werden immer älter, als Individuen und als Gesellschaft. Mit dem Alter verändern sich auch unsere Ansprüche an unseren Lebensraum und an unser Umfeld. Doch die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie entwickeln wir gemeinsam zukunftsfähige Lösungen, von denen alle profitieren? Diese Gedanken beschäftigen das Familienunternehmen Pro Urban inzwischen seit knapp fünf Jahrzehnten. Aus diesem Grund plant und baut das Team mit über 45-jähriger Expertise Immobilien, die dauerhafte Werte für die Gesellschaft schaffen. Als einer der Pioniere im Segment des altersgerechten Wohnens und der Pflege bringt Pro Urban das Beste aus diesen zwei Welten zusammen. Und davon können auch Sie als Investor profitieren. Unsere eigenen Erfahrungen zeigen, was Statistiken auch tatsächlich belegen. Insbesondere in Metropolregionen wie Düsseldorf ist das Wohnangebot für pflegebedürftige Menschen äußerst knapp. Gerade mal jede 50. Wohnung ist barrierefrei und zudem fehlen tausende betreute Wohneinheiten. Immer mehr Menschen sind daher leider gezwungen, ihre eigenen vier Wände aufzugeben. Selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben, bedeutet Lebensqualität. Auch wenn wir irgendwann auf kleine oder auch grössere Unterstützung angewiesen sind. Was also, wenn es ein Zuhause ohne bauliche Hindernisse gäbe, bei dem wir genau die Hilfe in Anspruch nehmen könnten, die wir benötigen. Und das nicht nur im Hinblick auf eine pflegerische Versorgung, sondern auch in Form von einer geselligen Gemeinschaft. Reinigungs- und Wäscheleistungen, Verpflegung oder Hilfestellungen im Alltag. Genau das bietet die Mikro-Apartmentanlage Pures Leben New Care im Zentrum des Düsseldorfer Stadtteils Herd. Dadurch, dass wir den ambulanten Pflegedienst Brina direkt im Haus haben, haben unsere Mitarbeiter keinen langen Anfahrtswege. Das heißt, im Notfall können wir schneller helfen und das Personal hat einfach mehr Zeit für die Menschen vor Ort. Anders als das bei anderen ambulanten Pflegediensten üblich ist, können unsere Mitarbeiter im Team arbeiten. Das macht natürlich das Arbeitsumfeld für qualifiziertes Fachpersonal deutlich attraktiver. Als Anleger kaufen sie eine grundbuchlich gesicherte Wohneinheit und können ihr Eigentum für eine Finanzierung beleihen, veräußern oder vererben. Eine echte und direkte Immobilien-Sachanlage also. Mit Leidenschaft und Expertise kümmert sich die Pures Leben Gruppe um alle Belange rund um das Leben im Haus. Vom Inserat über die Interessentengespräche mit potenziellen Bewohnern bis hin zur Vertragsabwicklung. Im Gegensatz zu klassischen Immobilien sparen sie sich somit den vermietertypischen Aufwand. Auch um Instandhaltung, Abrechnungen und Mieteingänge brauchen sie sich nicht zu kümmern. Sie erhalten alles aus einer Hand durch den Verwalter der Wohnanlage, die Pro-Immo-Service. Unsere Kapitalanlageimmobilien bieten im Vergleich zu klassischen Mehrfamilienhäusern neben dem Full-Service-Charakter unter anderem den Vorteil, dass sie von den Gesamteinnahmen der Vermietung aller Apartments im Haus profitieren. Der Solidaritätsgedanke sorgt dafür, dass sie kontinuierliche Einnahmen haben und zwar auch dann, wenn ihr Apartment einmal nicht vermietet sein sollte. Mit dem Pures Leben New Care Apartment House schafft Pro-Urban ein passgenaues Zuhause für eine stark wachsende Zielgruppe und damit eine zukunftsfähige Problemlösung, von der auch sie mit ihrem Investment profitieren. Inzwischen sind sie wieder fünf Minuten älter geworden. Aber nun wissen sie, wie sie ihr Geld inflationsgeschützt und sozial anlegen und dabei noch für ihre finanzielle Unabhängigkeit vorsorgen können. Mit der Apartmentanlage New Care von Pro-Urban.